Ja, heute wenden wir uns erstmals mit einer Bitte an Sie. Mittlerweile, wenn man die ganzen verschiedenen Re-Upload-Sender mitzählt, ca. 800 Abonnenten und Sie, liebe Zuhörer, Sie mussten in den letzten Monaten unzählige, kaum erträgliche Wahrheiten ertragen. Und haben das in irgendeiner Weise geschafft, denn sozusagen, Sie kennen ja unser Ergebnis, die neueste Formulierung unseres Ergebnisses ist ja hier, die Erfindung von Tauschhandel und Markt und Arbeitsteilung war nicht folgenlos geblieben, sondern es führt zu lauter paradoxen Phänomenen und Erscheinungen, mit denen wir alle nicht gerechnet hatten. Ganz ungewöhnliche Verläufe der Evolution, die dazu geführt haben, dass wir letztendlich hier, wie bei einem Schneckenhaus sozusagen, hier alle unterschiedlichen Sparten, hier die gefährlichste Sparte, Sozialspartler, Gesundheitsspartler, Alternative-Gesundheitsspartler, Psychotherapeuten-Spartler, Ernährungsindustrie, Rüstungsindustrie und Behörden und Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Anwälte und so weiter. Und so sind wir alle, alle Menschen sind tätig in irgendwelchen Sparten, die alle versuchen, bis auf die, die gar keiner Sparte angehören, hier in der Mitte. Und alle diese Sparten haben in der Evolution vorteilbringende Irrtümer entwickelt, wie sie die quasi den Rest der Gesellschaft dahin manipulieren, dass die Sparten möglichst große Profite machen. Sie wissen es, wir sagen, die Sozialsparten zum Beispiel sorgen dafür, haben vorteilbringende Irrtümer im Kopf, die dafür sorgen, dass es vielen Menschen schlecht geht, sie arbeitslos werden, obdachlos werden und dann die Hilfe der Sozialspartler brauchen, die sich dann bereichern an dem Elend der Mitmenschen. Sie wissen es, dass wir sagen, die Gesundheitssparten machen uns alle krank, fördern durch vorteilbringende Irrtümer, die sie glauben und für die Wahrheit halten, machen sie uns alle krank und bereichern sich dann daran sozusagen. Und das alles sind keine Verschwörungen, sondern nicht bewusste Evolutionsprozesse. Denn jeder sozusagen und durch diese vielen vorteilbringenden Irrtümer, die hier überall rumschwirren, ist letztendlich jeder Mensch ein Lobbyist wie der Willen, weil irgendwelche dieser vorteilbringenden Irrtümer glaubt fast jeder Mensch. Und dadurch, dass er bestimmte vorteilbringende Irrtümer irrtümlich für Wahrheiten hält, wird er ja zum Lobbyisten und Fürsprecher und Kämpfer wie der Willen. Also das heißt, der Mensch heute ist ein Lobbyist wie der Willen, weil es gar nicht ganz anders geht bei der Masse an vorteilbringenden Irrtümern, die hier rumschwirren, die alle erst aufgekommen sind oder sich in solch großer Zahl vermehrt haben, nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung, die irgendwo stattgefunden hat in dem Zeitraum von vor 400.000 Jahren bis spätestens 140.000 Jahren. Ich vermute, dass es vielleicht könnte sein, dass es real irgendwo vor 350.000 Jahren stattgefunden hat. Das können wir aber nicht genauer naturwissenschaftlich eingrenzen. Irgendwo zwischen 400.000 und 140.000 Jahren wird die Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung stattgefunden haben. Ja, und jetzt bitten wir Sie, also erstmals sprechen wir Sie, die das alles ausgehalten, diese Ungeheuerlichkeiten, das also alles, was man für lieb und teuer hielt, all diese vorteilbringenden Irrtümer, die man für Wahrheiten hielt, haben wir hinterfragt, infrage gestellt, in ungeheuerlicher Weise. Und Sie haben das ausgehalten, sozusagen, von den ca. 800 Abonnenten der vielen verschiedenen Sender, haben Sie das irgendwie ausgehalten, dass alle Ihre vorteilbringenden Irrtümer immer wieder infrage gestellt wurden, liebgewonnene, vorteilbringende Irrtümer, die man ewig für Wahrheit gehalten hat. Das haben Sie ausgehalten. Sie haben jetzt auch die Zumutung ausgehalten, dass Sie hinterfragt werden als Lobbyisten wie der Willen, dass wir Ihnen anempfehlen, dass Sie sich klar werden müssen, Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt, denn wenn Sie Ihre vorteilbringenden Irrtümer nicht aufgeben, dann werden die anderen Ihre vorteilbringenden Irrtümer auch nicht hinterfragen und aufgeben. Und alle, wir knallen uns alle als Lobbyisten wie der Willen sozusagen, alle nur gegenseitig unsere Lobbyistensprüche um die Ohren und kommen nie weiter. Wir müssen uns entmanipulieren, wir müssen die vorteilbringenden Irrtümer aufgeben. Und ein riesiges Beispiel dafür ist, und bitte erst mal hier unten rechts an dem rundlichen Ding wieder die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich jetzt noch viel langsamer reden werde. Genau passend zu unserer Erkenntnis ist ein ganz zentraler Bericht bei GMX aufgetaucht. Seit Corona gibt es in Deutschland eine Million mehr Haustiere. Was sind Haustiere? Haustiere sind Ersatzbefriedigungsversuche, Konsumsuchtformen. Haustiere gehören in die Unterkategorie Konsumsucht, und zwar in die Kategorie Ersatzbefriedigungsversuche für fehlende menschliche Nähe. Wenn Menschen im bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus immer unbefriedigender, nerviger, stressiger werden, dann kauft sich der Mensch ein Haustier und hat damit Nähe, Kontakt, Zärtlichkeit, Körperkontakt, Kuscheltiere und so weiter. Alles Ersatzbefriedigungen für nicht gelebte menschliche Näheformen, für fehlenden menschlichen Körperkontakt. Und in dem Sinne gehört, ist der vorteilbringende Irrtum, dass also Mikroben ungeheuer mächtig seien und der Mensch quasi sozusagen eigentlich die letzten Millionen von Jahren eigentlich hätte gar nicht überleben können, weil er ja den Segen der Impfungen noch nicht kannte. Also die Frage ist, warum hat der Mensch Millionen Jahre wunderbar überlebt ohne Impfungen? Die wird nicht gestellt, sondern der vorteilbringende Irrtum lautet, der Mensch ist von Natur aus so ein Mängelwesen, dass er ohne unsere künstlichen Impfungen eigentlich gar nicht lebensfähig ist. Und deswegen muss die Weltbevölkerung jetzt alle paar Monate gegen irgendwas geimpft werden. Dass das dabei einerseits ein Riesenmilliardengeschäft für die Gesundheitssparten ist, besonders für die schulmedizinischen Gesundheitssparten. Und dass eben das aber auch ein Riesengeschäft ist für die Konsumsuchthändler, nämlich zum Beispiel die Ernährungshändler. Also viele, mit denen ich gesprochen habe, stellen auch bei sich die Tendenz fest, seit Corona zuzunehmen. Also die Ersatzbefriedigungen nehmen zu. Der Bewegungsmangel spielt da noch mit rein. Und genau genommen, wenn man jetzt also die Haustiereindustrie sieht, also die Haustiersparten sozusagen, dann profitieren die auch ungeheuer von dem vorteilbringenden Irrtümern der Gesundheitssparten. Also man sieht, das, was wir immer sagen, die frühe Allianz der Frühhändler und der Frühärzte, die bewährt sich auch da wieder. Also sozusagen Ärzte fehlinformieren aufgrund ihrer eigenen vorteilbringenden Irrtümer und aufgrund ihres eigenen Daseins als Lobbyisten widerwillen. Denn kein Arzt will ja bewusst die Menschen belügen und betrügen, sondern er ist ja ein Lobbyist widerwillen geworden, weil er einfach die Irrtümer zum Thema Ernährung, die in der Medizin gelehrt werden, einfach für Wahrheiten hält. Und aufgrund dieser vorteilbringenden Irrtümer desinformiert der Arzt zum Thema Ernährung. Dadurch kaufen die Leute weiterhin die krankmachenden Nahrungsprodukte hier der Ernährungshändlersparten, sozusagen der Ernährungssparten. Und diese verdienen sehr gut dran. Und diese Fehlernährung sorgt dann dafür, dass die Bevölkerung kränklicher wird und dann wieder gutes Geld bringen für die Sparte, für die Gesundheitssparten aller Art, sozusagen. Ja, und eben sozusagen und die vorteilbringenden Irrtümer zum Thema Mikroorganismen und Mikroben und Viren und so weiter führen dazu, dass jetzt die menschliche Nähe, die Sexualität wurde ja sowieso schon immer unterdrückt, da komme ich gleich noch dazu, diese menschliche Nähe wieder massivst unterdrückt wurde und dann die Menschen als Ersatzbefriedigungskonsum sich eine Million mehr Haustiere zugelegt haben, um sich diesbezüglich quasi zu trösten über diesen Mangel an menschlicher Nähe und Körperkontakt und Wärme und so weiter. Ja, der Mensch wird jetzt also noch mehr als schon bisher, sozusagen, die, man könnte sagen, in gewisser Weise wird die menschliche Nähe verteufelt, sie wird angstbesetzt, oh, die menschliche Nähe, oh, da sind, da komme ich ja in Kontakt mit lauter lebensgefährlichen, vermeintlich lebensgefährlichen Mikroorganismen und das wird mich umbringen, also sollte ich auch aus diesem Grunde die menschliche Nähe meiden. Wobei meines Wissens Studien gezeigt haben, dass wenn man sich küsst und dass dadurch Erreger übertragen werden, die das Immunsystem anregen und stärken, dass also am Ende von Menschen, die viel Körperkontakt und küssen und Sex haben, und dass die damit rausgehen mit einem am Ende gestärkten Immunsystem und nicht mit einer Schwäche, sozusagen. Also es ist sozusagen, das ist so ähnlich wie wahrscheinlich die Desinfektionssparten, die machen ja Riesengeschäfte mit dem Vorteil bringenden Irrtümer, dass diese Mikroorganismen alle so wahnsinnig gefährlich seien und man vermutet ja, dass gerade die Haushalte, in denen diese Desinfektionsmittel sehr intensiv angewendet werden, dass es dort tatsächlich die meisten allergischen Kinder und sonst wie erkrankten Kinder gibt, weil eben denen die natürlichen Kontakte mit möglichst vielen Erregern und so weiter fehlen und das dann wieder gesundheitsliche Schäden zur Folge hat, weil eben ein Aufwachsen in einer sterilisierten Umwelt sozusagen für Menschen, Kinder offensichtlich lebensgefährlich ist, ja, sozusagen, oder gesundheitsschädigend ist, ja. Und jetzt nächste Woche soll ich dann also auch ein bisschen referieren, aber bevor ich jetzt noch tiefer eingehe auf die Körperfeindlichkeit in unserer Gesellschaft, die, also man kann sagen, im Moment leben wir in einer Phase größter Körperfeindlichkeit. Der Körper des nächsten Menschen wird als Quelle von Tod hingestellt und so weiter und dadurch wird also eine Angst vor Nähe erzeugt, eine andere Art von Angst vor Nähe. Aber bevor ich jetzt das noch mal kurz schildere, nehme ich am Beispiel, einer hat gestern in der Talkrunde, von der es leider auch keine Aufnahme gibt, gesagt, dass ihn besonders die persönlichen Erfahrungsberichte beeindrucken immer und deswegen werde ich dann auch am nächsten Montag aus der persönlichen Erfahrung sprechen, die ich Ihnen jetzt gleich schon mal schildern werde. Ich werde Ihnen also einen Vorgriff auf die Sendung geben. Und ja, ich komme noch mal zurück hier. Jetzt deswegen, also Sie haben also ungeheuerliche Angriffe auf Ihre liebgewonnenen, vorteilbringenden Irrtümer und Ihr Lobbyist wider Willen sein, ausgehalten und ertragen in den letzten Monaten und Jahren. Und deswegen bitte ich Sie jetzt erstmals, werden Sie aktiv, denn Sie sind offensichtlich die Spitze der Welt. Sie sind offensichtlich die Spitze Deutschlands, dass Sie diese 800 Menschen, die also abonniert haben, rund um uns herum sozusagen, die verschiedenen Sender, befreundeten Sender oder Re-Upload-Sender abgeloadet haben. Sie sind die Spitze der Menschheit und Sie müssen die Probleme lösen, wenn Sie die Probleme der Menschheit nicht lösen. Es wird niemand anders tun. Die Basis befindet sich als Partei. In der Basis sind so viele vorteilbringende Irrtümer unterwegs und so viele Sparten, die Heilpraktikersparte, die anthroposophische Pädagogensparte, die Rechtsanwaltsparte, alle sind sie voll von den vorteilbringenden Irrtümern, halten diese für Wahrheiten und fungieren aber in Wirklichkeit als Lobbyisten wider Willen, als nichtbewusste Lobbyisten wider Willen und verhindern sozusagen, dass die Partei ein Profil bekommt, das wirklich einen herausragenden Durchbruch bringt, denn nämlich es gibt nur noch einen Platz für eine neue Partei in Deutschland, nachdem die AfD den Rechtsaußenplatz besetzt hat, gibt es nur noch einen Platz für eine einzige Partei in Deutschland und das ist die Partei, die die vorteilbringenden Irrtümer generell thematisiert und unser Lobbyist wider Willensein generell thematisiert, die uns alle daran erinnert, dass der Satz gilt, die Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt und dass wir deswegen dann, nachdem wir zu dieser Selbsterkenntnis gekommen sind, dann der Stiftung wahren Testisierung der Welt zustimmen, weil wir erkennen, wir müssen positive Anreize setzen, wir müssen Ärzte belohnen, wenn sie für bewiesene Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderungswirkung, also für den sogenannten bewiesenen Gesundheitsnutzen und wenn wir das nicht tun, werden sie uns weiterhin irgendwelche Produkte und Dienstleistungen verkaufen müssen, die wir eigentlich gar nicht bräuchten, die sie aber brauchen, um Profit zu machen, um Einnahmen zu generieren. Ja, und ja, von daher, also, liebe Zuhörerinnen, sie sind nur wenige, aber genau sie sind die geistige Elite der Menschheit und sie konnten das bis jetzt aushalten, mit so viel Wahrheiten konfrontiert zu werden und sie müssen es jetzt tun, sie müssen jetzt alle Mitglied bei die Basis werden und alle auch einen ganz offiziellen, hochoffiziellen Antrag stellen. Bitte, die Partei möge konsensieren, möge die nextscientistsforfuture.de anhören, dann darüber konsensieren, die nextscientistsforfuture zu nutzen mit ihrem Potenzial von 56%, die die Professoren bei einer simulierten Bundestagswahl erreicht hatten und so möge dann die Partei den ganz großen Durchbruch schaffen, nämlich über 5%, also 5% zu erreichen und danach stehen dann die Türen offen für bis zu 56% der Wählerstimmen zu erreichen. Aber solange die Basis eine Partei ist, die durchdrungen ist von den vorteilbringenden Irrtümern verschiedenster Sparten und quasi die Parteimitglieder unterschiedlich stark als Lobbyisten widerwillen, nicht bewusst eigentlich Lobbyismus für ihre Sparten oder für andere Sparten, für entweder ihre eigenen Sparten oder für fremde Sparten betreiben, so lange ist da nichts möglich. Also bitte werden Sie aktiv, werden Sie sich bewusst, dass wenn Sie es nicht tun, als die Klügsten der Welt, dann werden es die anderen nicht können, weil sie nicht klug genug dafür sind. Und deswegen jetzt nochmal kurz ist dann die Schilderung, was ist passiert, ja, also ich zeige jetzt nochmal hier, was ist passiert. Ich wurde geboren in einer Familie, in der die Großeltern, also wenn wir das mal als meine Familie sehen, ebenso zwei Kinder, zwei Söhne und Mutter aus dem Gesundheitswesen und Vater, Doktor der Soziologie, Betriebswirt, Steuer- und Rentenberater und so weiter, Großvater, mütterlicherseits Architekt und so weiter, also aus einer hochkarätigen Akademikerfamilie sozusagen und ich hatte das Pech, dass ich halt mit der Genetik für ein sogenanntes Superhirn geboren wurde, extrem neugierig, extrem wahrheitsorientiert, extrem wissgebegierig und so weiter und war von Anfang an natürlich auch in der Schule schon tendenziell immer ein Ausnahmetalent auch, ne? Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich erinnere mich aufgrund natürlich meiner circa 2600 Stunden Selbsterfahrung und Lehranalyse in meiner Ausbildung, wie gesagt, ich halte nichts mehr von Psychoanalyse und den üblichen Psychotherapieformen, die sind alle aus meiner Sicht alles auch nur Geschäftsmodelle, wieder die Menschen im Unglück festzuhalten und uns daran zu bereichern und ich habe auch gutes Geld verdient, selbst mit dieser Bereicherungsstrategie, ja, das heißt, also auch ich war ein Lobbyist wie der Willen und hatte vorteilbringende Irrtümer im Blick, im Kopf im Kopf sozusagen, nämlich ich hatte den vorteilbringenden Irrtum im Kopf, man könnte mit diesen psychotherapeutischen Irrtumskonzepten den Menschen tatsächlich helfen, kann man nicht, ausschließlich die vorteilbringende Irrtümer Abbautechnik könnte von Psychotherapeuten zukünftig genutzt werden als die vorteilbringende Irrtümer Abbautherapie und dann könnten sie sozusagen zum ersten Mal die Psychotherapeuten das Geld wert sein, das sie bisher sozusagen eigentlich leistungslos bezogen haben, weil sie im Prinzip in nicht bewusster Weise eigentlich die Leute im Elend festgehalten haben und daran und an der Drehtür Psychiatrie und Drehtür Psychotherapie wunderbar verdient haben sozusagen. Ja und was habe ich aber trotzdem erfahren auch über meine eigene Kindheit? Also ich wurde geboren und dann machte ich zum Beispiel Doktorspiele mit der hübschen Nachbarstochter, ein sehr hübsches Mädchen, das ich später dann auch nochmal wieder traf und meine Mutter bekam Angst. Warum bekam sie Angst? Welche vorteilbringende Irrtümer hatte sie im Kopf und von wem war sie Lobbyist wie der Willen? Also hier haben wir meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter bekommt Angst, weil sie sieht, Doktorspiele wenn ich das als Mutter dulde, wenn ich so viel Körperkontakt und Zärtlichkeit zwischen den Kleinkindern dulde, dann wird mir das die Gesellschaft vorwerfen, dass ich also irgendwie hier irgendwelche ja irgendwie sowas unkeusches dulde. Aber ich muss dazu sagen, meine Mutter, das sind vielleicht dann die frühesten Kindheitserinnerungen, meine Mutter hat, wenn, wir sind ja keine katholische Familie gewesen, ja, meine Mutter hat, wenn im Fernsehen Körperkontakt gezeigt wurde, wenn sich zwei Menschen auch nur geküsst haben, ist sie zum Fernseher, damals gab es noch keine Fernbedienung und hat den Sender umgestellt, damit wir Kinder eben nicht so etwas Schmutziges wie Körperkontakt, Schwusen und Sexualität nicht sehen können, ja. Und das heißt, also sie hatte Angst, weil sie den Vorteil bringenden Irrtümer im Kopf hatte, Körperkontakt, körperliche Nähe und so weiter ist schmutzig, eklig, ja, irgendwie schlecht, böse, verwerflich und so weiter. So wie es jetzt in der Corona-Zeit eben die, die körperliche Nähe jetzt auch noch, ja, tödlich ist und, und angsterregend und gefährlich und schlecht und so weiter, ja. Und, und dann hat sie sozusagen natürlich mir, ich habe ihre Angst gespürt und wenn Kinder die Angst der Mutter spüren und ich konnte das ja natürlich damals nicht hinterfragen, so nach dem Motto, meine Mutter hat einen vorteilbringenden Irrtum im Kopf, der von der Sparte, von welchen Sparten stammt das, ja, also hier, naja, wir können das Bild auch nehmen, hier, da haben wir zum Beispiel die Händlersparte oder nehmen wir das hier, hier haben wir die Händlersparte, die Ernährungshändlersparte und die Ernährungshändlersparte für die ist es natürlich ein großer vorteilbringender Irrtum, wenn auch über die Werbespots und über die medialen Partner, also die Ernährungsindustrie, die Ernährungshändler geben ja Milliarden Gelder über Werbung an die Medien und Journalisten, dadurch kommt es zu einer Evolution bei den Journalisten und bei der Journalistensparte, also hier zum Beispiel Ernährungssparte, hier die Journalistensparte, die Journalistensparte, wenn dort zufällig ein Journalist einen Irrtum entwickelt, nämlich dass Körperkontakt böse, schlecht und gefährlich und schmutzig sei und so weiter, dann erwies sich dieser Irrtum als Vorteil bringende Irrtum, denn immer dann, wenn die eine Ernährungsfirma Werbegelder an dieses Medium gegeben hat und der Journalist gegen den Körperkontakt wetterte und quasi Verklemmtheit lehrte, dann kauften die Kunden dieses Mediums häufiger Ersatzbefriedigung so wie bei jetzt bei Corona schlagartig die Käufe bei den Haustieren um eine Million nach oben gegangen sind, also wir haben jetzt eine Million mehr Haustiere in Deutschland und genauso schlagartig klettern dann das Konsumverhalten gegenüber im Sinne von Esssuchthandlungen hoch, weil ja die körperliche Nähe unterdrückt wird bei den Konsumenten dieses Mediums und dieses Journalisten sozusagen und so wurde meine Mutter eben auch von diesen Journalisten zusammen in Zusammenarbeit mit der Ernährungsindustrie manipuliert, vollgefüllt mit deren vorteilbringenden Irrtümern und sie bekam jetzt Angst angesichts des Doktor, der Doktorspiele des kleinen Söhnchens mit der hübschen Nachbarstochter. Dadurch bekam ich Angst und wir unterdrückten in uns diese Lebensfreude an den Doktorspielen und sie kamen nie wieder vor. So und ich wurde natürlich verklemmt erzogen und neigte deswegen immer zur Esssucht. Ja, weil jeder Mensch, den man die körperlichen Glücksquellen ja mit Angst besetzt, der neigt dann zu irgendeiner Sucht und essen muss jeder Mensch, also ist die einzige Sucht, die für mich übrig blieb, ist die Esssucht Gefährdetheit. Weil Zigaretten und Alkohol kann man gezielt unterdrücken mit Willen, aber irgendeine Sucht bleibt am Ende immer übrig und das ist dann halt die Esssucht. Und mein Vater, jetzt nehmen wir das hier, das wäre jetzt oder hier, das hier wäre mein Vater. Ja, da habe ich also als Kind wohl mal zärtlich so auf seinem Schoß gesessen und ihn zärtlich irgendwie geschwust irgendwie und dann spürte ich, dass er auch Angst bekommt, so nach dem Motto, ich darf doch nicht zulassen, dass mein Kind zärtliche Kontakte zu mir als Vater hat, ich muss meine Vaterrolle erfüllen, also auch wieder zum Beispiel die Ernährungsindustrie und ihre medialen Partner und die Journalisten, die eben sagen, nein, also das ist ja, wenn ein Vater sich Bussis geben lässt von seinem Söhnchen, dann ist das ja irgendwo sexueller Missbrauch und so weiter und ich spürte die Angst meines Vaters und diese Zärtlichkeit kam nie wieder vor, weil ich diese Angst übernommen habe und gespürt habe, das muss ja was ganz Gefährliches und Schreckliches sein, dieser Körperkontakt und so mein Vater und meine Mutter waren also Lobbyisten Widerwillen denn ihnen war ja nicht bewusst dass sie da auf einen Irrtum einen manipulativen Vorteil bringenden Irrtum der Journalistensparten und der Ernährungssparten hereingefallen waren aber ich wurde zum Esssüchtigen und kaufte eben kaufe auch heute noch der Ernährungssparte viel zu viel ab weil ich immer wieder auch mit der Esssucht kämpfe und also mit dem Überessen und damit dem zu großen Kauf von Nahrungsmitteln kämpfe Ja Ich hatte ja erzählt dass ich letztens ich glaube 18 Kilo abgenommen hatte und obwohl ich schon mit den 18 Kilos immer für extrem schlank gehalten wurde aber das Bauchfett so innen drin das sehen die Leute nicht wenn man groß und schlank gebaut ist dann sagen die Leute ach sie sind ja so schlank sie sind ja so schlank aber dieses Bauchfett ist schon sehr gefährlich gewesen und hat auch sozusagen deswegen werde ich immer weiter kämpfen müssen immer weiter daran arbeiten müssen dass ich sozusagen ja mein Arbeitsziel sind 66 Kilo das ist wohl der Zustand mit dem ich wirklich gesund bin also meine gesundes Gewicht sind die 66 Kilo und daran werde ich immer arbeiten müssen das also zu erhalten sie kennen ja von mir schon die Tresor mit Einwurf Methode die Tresor Methode wissen sie ja wo sie das alles nachschauen können bei uns im Forum und so weiter ja aber so funktioniert die Welt das heißt also nur wenn man man kann ein guter Politiker nur sein wenn man das verstanden hat wenn man mein persönliches Schicksal verstanden hat und so haben die Professoren beim Weltrat und Next Scientist for Future irgendwo haben die alle so eine Ecke wo sie ihre eigenen die vorteilbringenden Irrtümer ihre eigenen Sparte und oder auch fremder Sparten ansatzweise durchschaut haben wo sie erkannt hatten oh da war ich wohl Lobbyist wie der will aber jetzt hinterfrage ich manches ja ich denke gerade an Dr. Medludwig Manfred Jakob der sicherlich ganz am Anfang als junger Student auch die vorteilbringenden Irrtümer über Ernährung in der Medizin ansatzweise vielleicht geglaubt hat und dann aber auch durch seinen Vater der auch ein sehr nachdenklicher und kritischer Arzt war bestimmt auch dann irgendwann erworben hat und gesagt hat du darfst nicht alles glauben was im Studium gelehrt wird da sind viele Irrtümer drin und damit hat er dann diese vorteilbringenden Irrtümer hinterfragen können konnte sozusagen verhindern in jeglicher also konnte verhindern jetzt dass er ein totaler Lobbyist widerwillen ist und konnte dann in weiten Bereichen sozusagen etliche und viele vorteilbringende Irrtümer der Gesundheitssparten hinterfragen und auch viele vorteilbringende Irrtümer der Ernährung Sparten hinterfragen und so weiter und so hat jeder der Professoren so seine Geschichte wo er zumindest in Teilen die hier überall herumschwirrenden vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten sozusagen teilweise hinterfragen konnte als Unwahrheiten erkannte teilweise heraustreten konnte aus dem Lobbyist wieder Willen sein sozusagen Selbsterkenntnis als einzigen Weg zur Besserung der Welt sozusagen ein bisschen praktizieren konnte und dann zu neuen wertvollen Erkenntnissen kam und so weiter und deswegen dann natürlich auch sind diese Professoren dann ja auch eben beim Weltrat und bei Next Scientist for Future und also sozusagen meine Erfahrung war also jetzt gewesen dass also wir wenn wir in der Psychotherapie zum Beispiel dieses diese Angst vor Körperkontakt vor Zärtlichkeit die ganze Körperfeindlichkeit nicht aufdecken durch VIAT also vorteilbringende Irrtümer Abbautechnik dann dann halten wir die Leute eigentlich fern von der wirklichen Lösung der Problematik stellen sich vor ein Psychotherapeut würde in einer Klinik nicht die alten selber körperfeindlichen Psychotherapie Konzepte durchführen sondern die VIAT durchführen und würde also sozusagen dafür sorgen dass die Patienten in der Klinik sozusagen sich bezüglich des Körperkontaktes befreien dann in eine Wohngemeinschaft eine betreute Wohngemeinschaft ziehen wo sie dann sich gegenseitig mit Körperkontakt glücklich machen dann verschwinden ja die Depressionen ja sozusagen und auch die Süchte auch die Esssucht und so weiter all die Süchte verschwinden und diese Leute leben dann irgendwann in einer Wohngemeinschaft brauchen irgendwann auch immer weniger Mediation Konfliktschlichtungstechniken und Betreuung und Supervision und irgendwann leben die Leute also hier zum Beispiel irgendwo in einer Wohngemeinschaft außerhalb der Klinik und brauchen die Klinik nie wieder und dann würden also hier die Ärzte der Klinik also nehmen wir mal hier das wäre die Klinik die Ärzte der Klinik und die Psychotherapeuten und so weiter würden irgendwann keine Patienten mehr haben deswegen ist es hier ein vorteilbringender Irrtum also der vorteilbringende Irrtum nämlich dass die bisherigen Psychotherapietechniken wahrheitsorientiert seien und nützlich seien dieser vorteilbringende Irrtum der bringt eben Geld weil dadurch spricht man sozusagen die in den Kliniken die Körperfeindlichkeit und die Angst vor Sexualität und Körperkontakt und Zärtlichkeit nicht als zentrale Problematik an übrigens Wilhelm Reich hatte ein bisschen etwas davon gespürt und auch Sigmund Freud soll ja eine Phase gehabt haben wo er ganz tief überzeugt gewesen sein soll dass die Unterdrückung der Sexualität eigentlich die Hauptkrankheitsursache sei ja und wie es heute wird gesagt Einsamkeit sei die Haupt Krankheits- und Todesursache aber was dabei verschwiegen wird ist dass Einsamkeit in erster Linie zustande kommt durch Körperfeindlichkeit Angst vor Körperkontakt vor Sexualität dass die sexuelle Unterdrückung ein wesentlicher Teil hinter der Einsamkeit ist andere vorteilbringende Irrtümer wie die Aufhetzung der Menschen zur Streitsucht dass Streit in Ordnung sei und dass man selbstbewusst auftreten solle und deswegen also sozusagen immer nur die eigene Wahrheit duldet und alles andere unterdrückt diese vorteilbringenden Irrtümer die auch eben hier wieder in dieser Partnerschaft aus Ernährungsindustrie und und Medienindustrie sozusagen werden auch hier von manchen Journalisten diese charakterlichen Fehlhaltungen also Charakterdefizite oder Verhaltensstörungen gelehrt dann streiten sich die Menschen übermäßig kommen dadurch wieder nicht in den Körperkontakt und brauchen dann wieder Behandlungen in den psychotherapeutischen Kliniken und so weiter und all diese Geschäftsmodelle also ich habe also sozusagen erkennen können dass die vorteilbringenden Irrtümer der Medien als Partner der Nahrungssparten der Mediensparten als Partner der Nahrungssparten bei mir eine Gefährdetheit im Bereich Esssucht und Depressionen Depressionen und Esssucht denn die Depressionen sind ja dann die Grundlage und die Depression ist die auf die die Befußt auf dem großen Mangel an Liebe den wir alle in der Gesellschaft haben und da die anderen Menschen um mich herum alle diese Ängste ja noch haben und dadurch nutzt es auch nichts wenn ich jetzt erleuchtet bin und das Ganze durchschaue weil die anderen um mich herum ja nach wie vor auch alle Bürger sozusagen alle Frauen und so weiter alle diese Ängste in sich tragen und deswegen verklemmtes Verhalten in den Tag legen ich dadurch depressiv und unglücklich und bleibe und deswegen dann Esssucht gefährdet immer wieder bin und dann die Erkenntnis dass ich in meinem Studium der Psychologie und der Ausbildung zum klinischen Psychologen lauter und in den Teilen des Medizinstudiums der Ausbildung zum Psychotherapeuten und zur Weiterbildung des Arztes hin zum Psychotherapeuten die ich alle absolviert habe ja da habe ich quasi dann erkannt dass ich da lauter vorteilbringende Irrtümer gelernt habe die uns Psychotherapeuten sozusagen davon abhalten dass im zentrale Problem der Unterdrückung der Sexualität zum Zwecke der Konsumsuchtförderung sozusagen dass wir das nicht angehen und nicht angehen dürfen ja und ja dass dann also letztendlich die Psychotherapie auf zentralen vorteilbringenden Irrtumern beruht die die Leute quasi mit ihrem Leiden alleine lassen und nicht wirklich helfen damit eben nicht das geschieht dass nämlich die Patienten in Wohngemeinschaften zusammenleben und dann nie wieder Psychotherapie brauchen sondern die Psychotherapeuten werden ja nach dem Schlüssel bezahlt nur wenn es möglichst viele Patienten gibt wenn wir also eine Drehtür Psychiatrie und Drehtür Psychotherapie haben nur dann können wir alle gut verdienen also dürfen wir nicht Gesundheit fördern sondern müssen die Leute chronisch krank halten ja und diese nicht bewussten Vorgänge also die vorteilbringenden Irrtümer wirken ja als Rationalisierungen sodass man dass es nicht bewusst ist dass es sich um vorteilbringende Irrtümer handelt und als ich aber das erkannt hatte dass ich quasi zum Lobbyisten wieder Willen geworden war durch mein Psychologie Studium und Psychotherapie Studien und so weiter Studien Bereiche klinische Psychologie und so weiter als 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 ich dann erkannte dass ich da zum Lobbyisten wieder Willen wurde indem ich infiziert worden war mit vorteilbringenden Irrtümern und dass ich damit also auch zu denen gehörte die Schäden anrichten um zu profitieren auf Kosten aller sozusagen habe ich natürlich sofort meinen Beruf niedergelegt und habe mich dadurch natürlich in eine schwierige Situation gebracht weil ich quasi als Ausnahmetalent der Psychologie hochgelobt von den Professoren deren Angebote auch gar nicht angenommen habe was weiß ich einen schnellen Weg zum Professor dann auch für klinische Psychologie und so weiter das habe ich alles nicht angenommen sondern alles ausgeschlagen allerdings am Anfang weil ich weil ich mich einfach geirrt habe und dachte dass jemand der einfach Weltspitze ist sowieso immer seinen Weg macht und dass ich die langweiligen Universitäten dazu nicht brauchen würde da habe ich mich verschätzt ein bisschen aber entscheidend ist es hätte ja nichts geändert ich hätte ja spätestens dann nach ein paar Jahren meine Professorentätigkeit auch wieder niedergelegt weil ich ja erkannt habe dass die gesamte klinische Psychologie und Psychotherapie und Psychoanalyse und all die anderen Psychotherapie Techniken alles nichts anderes als Gebäude von vorteilbringenden Irrtümern sind und dass ich ja dann nicht mehr bereit gewesen wäre da sozusagen dann als bewusster Lobbyist dafür zu arbeiten weil ich habe ja dann erkannt dass ich durch das Studium zum Lobbyisten wieder Willen geworden war und sozusagen und deswegen habe ich dann natürlich aufgegeben diesen Beruf und ich hätte ja auch meine Professur dann sofort niedergelegt weil ich so konsequent bin wenn ich erkenne dass ich Teil eines schädlichen Systems bin dann höre ich halt auf damit das kann ich niemanden von niemand anderem verlangen aber von mir habe ich es verlangt und und das ist aber auch einer der Gründe warum ich jetzt Mitglied hier im Weltrat und Next Scientist for Future bin weil die natürlich genau solche Leute brauchen die sozusagen nicht mehr das Spiel der vorteilbringenden Irrtümer und das Lobbyist wie der Willensseins einfach unreflektiert weiterführen also wir können die Welt nur bessern wenn es noch mehr Menschen gibt die den einz der einzige Weg zur Selbsterkenntnis ist der einzige Weg zur Besserung der Welt und deswegen alle Professoren und Doktoren und so weiter haben unterschiedliche Grade von Selbsterkenntnis in diesem Sinne erreicht und genau deswegen sind sie Mitglied im Weltrat und bei den Next Scientists for Future und ich eben auch ja deswegen ich komme nochmal zurück das war so das Persönliche was ich dann vielleicht auch nächsten Montag in dieser Art ungefähr den Leuten erzählen will meine persönliche Geschichte wie ich selbst den Weg der Selbsterkenntnis als einzigen Weg zur Besserung der Welt gegangen bin und wie ich sozusagen mich selbst erkannt habe als Lobbyist wie der Willen meiner eigenen Sparte wie ich mich selbst erkannt habe als Lobbyisten wider Willen der Ernährung Sparten und der Mediensparten und der Journalisten Sparten und wie ich mich davon teilweise denn niemand wird das hundertprozentig schaffen teilweise hoffentlich großen teils mich befreien konnte von all diesen Irrtümern und ihnen deswegen so ungeheuerliche Wahrheiten ihnen um die Ohren hauen konnte in den letzten Monaten hier und damit quasi ständig ihre Vorteil bringenden Irrtümer die sie im Kopf tragen und ihr Lobbyist wie der Willensein eigentlich angegriffen habe und sie haben das ausgehalten also müssen sie eine ungewöhnliche Nähe zur Wahrheit und eine ungewöhnliche Liebe zur Wahrheit haben dass sie das ausgehalten haben und deswegen bitte werden sie jetzt sofort aktiv stellen sie sofort ihren Mitgliedsantrag bei die Basis und stellen sie auch dann den ganz hoch offiziellen Antrag die Partei möge also die Next Scientist for Future anhören und dann darüber konsensieren über eine Zusammenarbeit denn ohne dass in die Basis Selbsterkenntnis als einziger Weg zur Besserung der Welt die Infragestellung all der Vorteil bringenden Irrtümer innerhalb der Köpfe der Partei sozusagen und all dieses Lobbyist wieder Willen Dasein der verschiedensten Parteimitglieder ohne dass das zum Thema wird kann die Partei die Basis nicht dahin kommen dass sie es versteht warum es dann die einzige Therapie unserer Welt ist die Stiftung wahren Testisierung der Welt durchzuführen nämlich dass wir alle Sparten hier noch einmal dass wir alle Sparten also egal ob wir die Sparten hier ansiedeln und hier in der Mitte zum Beispiel die die keiner Sparte angehören oder ob wir das so machen mit der Schnecke hier dass wir sagen hier können wir die Sparten anordnen in einer Art Spirale zur Mitte hin wie so in einem Labyrinth und in der Mitte sind die die keiner Sparte angehören aber jede Sparte versucht von dem Gesamtkuchen möglichst viel herauszubeißen und zu profitieren so sind nun mal Bio-Roboter einfach und dabei sprüht jede Sparte sprüht eigene vorteilbringende Irrtümer über uns alle aus und wir werden alle infiziert im Sinne von parasitären Memenkiller Viren des Geistes mit all diesen vorteilbringenden Irrtümern und werden dann zu Lobbyisten wieder willen und wenn wir diskutieren hauen wir uns eigentlich alle treten wir alle nur als Lobbyist wieder Willen auf und hauen uns gegenseitig unsere vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten um die Ohren und so kommen wir nicht weiter so kommen wir zu keiner erfolgreichen Partei so kommen wir nicht zu Potter sozusagen ja bitte liebe wenigen Zuhörer die die klügsten der Welt sind bitte werden sie aktiv ja wenn sie es nicht tun die anderen sind nicht klug genug es zu tun tun sie es ja also tschüssi bis bald tschüssi 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 tschüssi